Heute besuchte Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil die Fertigungsanlagen von General Dynamics Land Systems Steyr GmbH in Wien-Simmering. Dort werden die neuen 34 Bandur um 105 Millionen Euro produziert. Damit investiert das Bundesheer nicht nur in die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten, sondern sichert auch österreichische Arbeitsplätze, so Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir von regionaler Wertschöpfung in der Politik sprechen, wenn wir von Arbeitsplatzsicherheit sprechen, aber auch von Arbeitsplatzschaffung sprechen. 180 österreichische Unternehmen sind am Projekt beteiligt. Der Bandur ist das meistgenutzte Fahrzeug in Auslandseinsätzen. Er wird vor allem beim Jägerbataillon 17 in Strass und beim Jägerbataillon 19 in Güssing genutzt. Die Beschaffung des neuen Bandur Evo wird uns ermöglichen, die Aufträge noch schneller noch geschützter und treffsicherer durchführen können.